Review Zeit, Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zurück bei Dark Schneggel Reviews zu einer Masters of the Universe Revelation Masterverse Figuren Review. Es geht endlich weiter. Ich freue mich unglaublich darauf, euch heute die zweite Tila zu zeigen. Für alle, die die Serie kennen oder vielleicht auch nicht kennen, das ist so gesehen eher die klassische Tila. So seht ihr sie in der ersten Folge, bis sie danach dann halt alles über den Haufen wirft und halt ein anderes Design hat. Aber das ist so eine Anlehnung an die Tila, die wir halt kennen. Und ich mag diese Umsetzung tatsächlich um einiges lieber als die erste Version, die ich euch im Vergleich natürlich auch noch zeigen werde, die danach dann halt kam. Ihr seht schon, sie kommt in der typischen Masterverse-Verpackung daher. Das Ganze von der Netflix-Serie von Mattel ab sechs Jahren aufwärts. Auf der Seite haben wir ein schönes Artwork von der klassischen Tila. Richtig schöne Angriffspose, so ein bisschen Schwert nach vorne, Schild nach vorne. Das gefällt mir sehr gut. Auf der Rückseite muss ich sagen, ist hier ein Bild, was mir noch mehr gefällt. Denn da hat Tila ihre Haare offen, ihre langen Haare sind da halt zu sehen. Dann auch hier mit Schwert und Schild vor Castle Greyskull. Das gefällt mir auch sehr gut. Wenn sie das Design in der Serie so gelassen hätten, wäre ich, hätte ich es gefeiert. Ja, und weiter unten seht ihr schon, was jetzt natürlich noch alles in der Masterverse-Reihe auf euch wartet, was noch kommen wird. Wir haben hier noch den Wikinger He-Man am Start, haben wie gesagt Tila am Start, Skeletor und auch Merman ist mit dabei aus Revelation. Also da kommt jetzt noch einiges auf uns zu und ich freue mich halt, dass die Sammlung immer größer wird. Mattel hat in den letzten Tagen so viel Neues, Cooles angekündigt. Ich freue mich eigentlich über jede Ankündigung, die da kommt. Aber ich würde sagen, lasst uns mit Tila weitermachen. Wir packen sie jetzt erstmal aus und dann gebe ich euch natürlich auch gleich noch einen Vergleich mit der ersten Version. Und ich bin immer noch der Meinung, das ist wirklich die beste Tila, die wir aus der Revelation-Reihe jetzt zur Zeit gekriegt haben. Sie gefällt mir einfach. Ich finde die Farbgebung cool. Ich mag generell dieses an klassische Design angelehnte Design dieser Figur. Also wirklich toll umgesetzt, muss ich sagen. Auch so der Headscout. Ihr seht das ja mit ihrer Tiara hier. Die Haare sind zusammengebunden wie die klassische Tila halt. Das sieht wirklich sehr gut aus. Auch die Farbgebung, wenn ich da gleich mal in die Details reingehe, dieser Goldtouch, der sieht auch wirklich sehr edel aus, muss ich sagen. Einzig vielleicht der Schild, der ist in einem normalen Plastikgold jetzt gehalten, ist nicht so toll. Aber lasst uns in die Details reingehen. Ich zeige euch das Gesicht und dann natürlich auch den alternativen Headscout, der mit dabei ist. Es sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Sie hat sogar so leicht rote Wangen. Ich weiß gar nicht, warum die das gemacht haben, aber das gefällt mir. Die Tiara ist auch in Gold gehalten. Oben drauf nochmal mit so einem kleinen roten Kristall drauf oder Orb oder sowas. Die Haare sind cool gemacht. Schönes Skype-Ding auf jeden Fall. Ihr seht das ja, dass die Haare hier so ein bisschen halt dann auch zusammengesetzt sind. So die kringeln sich da ein bisschen. Das sieht wirklich sehr, sehr stark aus, muss ich sagen. Also im Großen und Ganzen schön gemacht, auch geweathert vor allem. So ein bisschen halt nochmal Drybrush rübergegangen, dass wir hier auch so ein bisschen die Struktur halt haben. Das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Und wie gesagt, guckt euch die Farben an von ihrem Anzug. Ich finde das sehr faszinierend, dass sie hier vorne halt dieses Teil drauf hat. Das sieht schon fast aus wie so eine Art Schutz, so leicht wie Man at Arms vielleicht. Ich habe auch keine Ahnung, was das jetzt für eine Bewandtnis hat. Es sieht interessant aus. Bisschen unschön ist aber, dass man hier sieht, wie hier die Figur zusammengesetzt wurde. Denn hier haben wir doch eine kleine, recht unschöne Lücke, muss ich sagen, vom Halsübergang hier. Aber das ist Nitpicking auf hohem Niveau. So, ansonsten ist es wirklich klassisch, wie aus der Revelation auf der Serie. Die ganzen Verschnörkelungen und alles, das sieht sehr gut aus. Das sieht schon fast aus, als würde sie eine Art Korsett tragen. Dieses Korsett hat auch so ein bisschen goldgelb und ist hier auch relativ weich gehalten. Das hat so eine leichte Marmorisierung, seht ihr das? Es glänzt und glimmert sehr. Das finde ich cool. Schaut euch das mal auf der Rückseite an. Das gefällt mir, das mag ich. Also schönes Design auf jeden Fall. Das kann man nicht anders sagen. Auch, dass sie jetzt halt eher einen Rock trägt, finde ich auch nicht schlimm. Das passt mir. Auch klassisch, sie hat ihren Kragen nach wie vor. Also das ist wirklich ein schönes Stiler-Design, da bin ich ehrlich zu euch. An den Oberarmen hat sie dann hier nochmal diese Schützer hier. Das sieht auch wirklich gut aus, genauso wie an den Händen. Guck mal hier, schöne Details auch in den Verschnörkelungen. Ich finde sie toll. Ich finde sie wirklich ganz toll. Auch hier beim Rock sieht es dann so aus wie bei der klassischen Figur, beim klassischen Design. Da hatte sie ja hier vorne auch so ein bisschen was runterhängen, was aussah wie so eine Art Kilt irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Das haben sie hier mit ins Design übernommen. Also da muss ich sagen, sieht das sehr gut aus. Und die Stiefel sind klassisch Stile halt. Nur nicht halt mit Ton absetzen, aber hier natürlich auch mit der weißen Fellumrandung und alles. Ganz toll. Wirklich ganz toll. Das gefällt mir soweit. Ja, und wie ich es euch gesagt habe, ihr könnt den Head Skype dann natürlich noch austauschen. Sie hatte ja in der ersten Folge der ersten Staffel, hatte sie ja dann irgendwann so gesehen, keine Lust mehr auf ihren Posten, auf alles andere überhaupt. im Palast und hat dann halt auch die Tiara halt abgenommen. Da sind die Haare halt runtergekommen. Und das fand ich, sah eigentlich auch cool aus. Und das könnt ihr jetzt so ein bisschen nachstellen, wenn euch das gefällt. Und in dem Design guckt sie auch genauso böse wie in der Szene halt, in der sie halt dann halt eher den Palast verlassen hat. Also finde ich, hat Mattel gut umgesetzt. Je nachdem, es ist ja egal, wie die Leute jetzt Thieler in der Serie fanden. Ich muss ja auch gestehen, dass es nicht wirklich so meine Thieler ist ab der zweiten Folge. Aber ich finde das cool, dass Mattel auch hier den Weg gegangen ist, dann halt die Umsetzung so zu machen mit diesem grimmigen Blick. Ihr könnt daraus natürlich aber auch noch, wenn ihr so ein bisschen custommäßig unterwegs seid und wir vielleicht später noch andere Versionen kriegen, diesen Head Skype noch für was anderes benutzen. Das ist alles machbar. Und ich finde das mit den Haaren auch wirklich sehr gut gemacht. Auch hier mit diesem Drybrush dran, dass die Haarstruktur durchkommt. Das ist schon wirklich nicht schlecht. Die Haare sind auch relativ weich. Das geht einigermaßen. Nur ihr werdet später dann halt mit der Beweglichkeit hier eine Einschränkung haben, denn ihr könnt den Kopf eigentlich so gut wie gar nicht nach links und rechts dann später bewegen. Oder nach hinten und nach vorne. Also der ist eigentlich eher dafür da, dass ihr ihn einigermaßen in dieser Position lasst. Aber ist okay. Ist okay. Auch da natürlich wie immer die Frage, welcher Head Skype gefällt euch denn da am besten? Der wirklich eher ein klassische Thiele angelehnte? Der hier? Also das ist offiziell mein Favorit. Oder dann halt der auf der rechten Seite? Ich finde es gut, dass wir hier wirklich die Auswahl haben. Kommen wir zum Zubehör. Bei Tila ist, ihr habt es ja schon gesehen, natürlich der austauschbare Kopf mit dabei, aber natürlich auch ihre Bewaffnung. Also das ist wirklich so, ja, die normale Kriegerin Tila, sage ich jetzt mal. Also erwartet jetzt hier nicht noch den Schlangenstab oder, ja, diese Schlangenmaske, die sie trägt. Das ist halt hier nicht dabei, weil das auch in der Serie nicht zur Ansprache kam. Also haben wir hier nun mal erst mal ihr Schwert, was so ein bisschen auch nach einem römischen Schwert aussieht. Finde ich auch cool mit der schönen silbernen Klinge. Und dann hier auch nochmal der Handgriff hier vorne. Dieser Schutz ist in Gold, so ein bisschen Plastikgold gehalten mit schöner Verschnörkelung. Das gefällt mir schon wirklich ganz gut. Und auch der Handgriff ist in Braun und dann hier unten auch nochmal schön in Gold gehalten. Sie hat sehr feine Hände, da müsst ihr aufpassen, sehr feine Finger. Passt ein bisschen auf, wenn ihr ihr das Schwert in die Hand drückt, dann müsst ihr so ein bisschen ganz minimal halt die Finger auseinander drücken. Sie hält das Schwert eigentlich okay. Also es hält. Wenn ihr es richtig reindrückt, dann geht das einigermaßen. Kann aber natürlich auch mal sein, dass sie das Schwert mal so ein bisschen locker in der Hand hält. Aber wenn ihr das richtig reindrückt, dann passt das schon. Dann sieht das gut aus. Mir gefällt das Schwert. Das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Und auf der anderen Seite haben wir dann halt ihren Schild, der wie gesagt hier in einem normalen Plastikgold gehalten ist. Ihr könnt auch so ein bisschen die Gussspuren erkennen, ist aber noch okay. Also es sieht, ich finde, diese Tila sieht wirklich sehr edel aus. Wie so eine richtige schöne Ritterin, so eine Bewacherin vom Schloss von Eternia. Das sieht wirklich sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Und diese ganzen tollen Farben, die sind wirklich ein krasser Gegenteil zu dem, was dann später aus Tila gemacht wurde. Also es ist schon sehr faszinierend auf jeden Fall. Wenn ihr den Schild an ihr anbringt, dann ist das ähnlich wie bei He-Man. Wenn ihr jetzt die He-Man-Figur schon kennt, dann wisst ihr Bescheid. Sie hat auf der Innenseite dann auch halt hier diese beiden Stripes, wo sie dann halt die Hand reinpacken muss. Ich muss aber sagen, wenn ihr jetzt die normale Hand benutzt, die jetzt mit da drauf ist, dann rutscht der Schild grundsätzlich runter. Dafür gibt es Gott sei Dank austauschbare Hände. Wir haben nämlich hier auch nochmal eine austauschbare Hand für die andere Seite, womit sie dann eigentlich auch das Schwert halten kann. Aber ich denke mal, das werde ich dann austauschen und benutzen, damit sie den Schild besser halten kann. Weil wenn ihr jetzt den Schild irgendwie runterhaltet, ihr seht das ja, sie kann das, ja es rutscht. Es ist nicht wirklich fest. Müsst ihr dann halt mal für euch entscheiden. Wie gesagt, austauschbare Hand für die linke, aber auch für die rechte Hand sind mit dabei. Bei der rechten Hand haben wir hier nochmal standardmäßig eine kleine Faust, wenn ihr das mögt. Alles wirklich sehr, sehr cool gemacht, muss ich sagen. Bevor ich zur Beweglichkeit komme, gehen wir jetzt mal auf einen Vergleich ein. Denn ich habe euch ja gesagt, die erste Version der Tila ist natürlich auch hier am Start. Und jetzt könnt ihr die beiden mal, ja, nebeneinander stehend sehen. Und dann könnt ihr für euch entscheiden, welche Tila euch hier besser gefällt. Ich sehe gerade sogar, dass die Tila 2.0 tatsächlich ein Tucken größer ist als die erste Version. Das ist auch mal sehr interessant. Sie stehen beide genau gerade nebeneinander. Ja, interessant. Welche gefällt euch besser? Schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Ihr wisst, was mein Favorit ist. Ich bleibe bei der hier. Die ist definitiv ohne einiges cooler als die Version. Die mochte ich leider. Das war überhaupt nicht mein Geschmack. Das war nicht meine Tila. Also die mochte ich leider gar nicht. Daher bin ich sehr froh, dass ich halt diese Tila halt in der Sammlung habe. Aber das ist bei jedem anders. Also schreibt es mir unten rein, welche gefällt euch hier am besten. Und ich würde sagen, Leute, jetzt gucken wir uns noch eben fix die Beweglichkeit an. Denn die ist auch gar nicht schlecht geworden bei unserer Tila. Ja, eigentlich schon fast Standardbeweglichkeit. Interessant wird es nur später dann hier unten bei dem Rock. Der Kopf sitzt auf einem doppelten Kugelgelenk. Ich zeige euch das mal. So sieht das Ganze dann halt aus. Hat eine relativ gute Beweglichkeit dadurch. Der Kopf lässt sich auch relativ gut austauschen. Das ist auch gut. Also 360 Grad Drehbar mit dem normalen Kopf. Ein bisschen nach hinten und vorne guckbar. Das geht alles nach hinten und vorne guckbar. Ist ja auch ein Ausdruck. Die Arme kriegen wir so weit auseinander. Schaut mal wirklich sehr weit hoch. Das finde ich sehr gut. Wir haben den Bicep Swivel am Start. Wir haben doppelte Ellbogen am Start. Und die Hände könnt ihr natürlich wie bei fast jeder normalen Actionfigur 360 Grad drehen. Und auch ein bisschen kippen. Seid allerdings gerade bei den weiblichen Figuren ein bisschen vorsichtiger, weil die Packs ein wenig dünner sind. Jetzt habe ich sie so verdreht, dass ich den Arm nicht runterkriege. Also das ist schon mal eine sehr gute Beweglichkeit. Wenn es jetzt zur Oberkörperbeweglichkeit geht, seht ihr schon, hier ist eine Separation natürlich auf natürliche Art und Weise halt von dem Anzug hier schon gemacht. Das finde ich gut. Also hier ist ein Kugelgelenk drin. Da könnt ihr Thieler ja einigermaßen nach links und rechts bewegen. Gar nicht mal so viel tatsächlich. Weil ihr hört es ja schon, je mehr ihr es nach links und rechts dreht, reizt ihr das ein bisschen aus. Mehr als so würde ich das Ganze tatsächlich nicht machen. Ihr habt ein bisschen auch die Beweglichkeit dadurch nach vorne und nach hinten. Das geht. Die Gelenke sind übrigens durchgehend wirklich sehr fest, muss ich sagen. Also da gibt es keinerlei Schwierigkeiten. Gucken wir jetzt mal hier, weil wir haben ja jetzt hier den Rock. Ich sehe schon, dass hier jetzt mal nicht der Weg gegangen ist, dass das hier noch eingeschlitzt wurde. Das haben wir ja bei anderen Masters-Figuren ganz oft, dass das der Fall ist. Bei Thieler geht das aber, glaube ich, auch so ganz gut. Nämlich der Split, schau mal. Ja, der geht nämlich perfekt, ohne dass wir da irgendwie wirklich was hätten verändern müssen am Design. Gucken wir mal kurz drunter. Nämlich sehr interessant. Sie trägt ein orangenes Höschen. Wirklich cool gemacht. Wie gesagt, das ist ganz flexibel hier, ganz weich. Da habt ihr jetzt keine Schwierigkeiten. Ich denke auch nicht, dass sich das über Zeit irgendwie verbiegen wird. Das ist schon völlig okay. Ihr seht, Oberschenkelbeweglichkeit ist mit drin. Doppelte Knie, wirklich sehr gute doppelte Knie. Ihr könnt den Stiefel nochmal extra bewegen und die Füße nach vorne und nach hinten bewegen und dann halt den Ankle-Pivot, die seitliche Beweglichkeit. Thielers Beweglichkeit ist wirklich sehr, sehr gut gelöst von Mattel, finde ich. Da bin ich sehr zufrieden mit. Gefällt mir soweit. Und wie immer kann ich euch nicht mehr zu dieser Figur zeigen. Das ist die neue Masters of the Universe Revelation Masterverse Thieler. Die 2.0 Version. Wie gesagt, bin mal gespannt auf eure Meinung. Wer hat sie sich schon in die Sammlung geholt? Ich denke mal, es gibt viele Masterverse Fans da draußen mittlerweile, die dann doch schon sagen, ja, kommt in die Sammlung, ist auf jeden Fall für mich hier persönlich ein kleiner Pflichtkauf gewesen. Zubehörtechnisch, wie gesagt, bin ich auch sehr zufrieden mit. Ich finde es gerade cool, dass wir diesen alternativen Kopf haben aus der Szene, halt aus der Serie, halt. Na, wo sie dann wirklich aufgibt. Ich mag das aber halt mit diesen längeren Haaren und dann halt noch die zwei austauschbaren Hände plus Schwert und Schild. Macht diese Figur meiner Ansicht nach zu einer weiteren tollen Masterverse Figur, die ihr euch ja ohne Probleme in die Sammlung holen könnt. Schnappt sie euch. 100%ige Kaufempfehlung, wenn ihr ja Masters Fan seid und auch eine schöne Thieler in eurer Sammlung haben wollt. Liebe Leute, das soll es gewesen sein. Wie immer danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben und ich würde sagen, ich bin raus. Also macht's gut, bis dennne dann und natürlich reingehauen.